Mein Name ist Moser Sandra, ich bin im Leiter Service im Restaurant Spieger Westzeit. Am besten gefällt mir an meiner Arbeit die Kastgeberrolle. Besonders bei uns sind in den zwei Bereichen unsere Bar, unser Restaurant, eine Bar, feine Kaffeespezialitäten, feine Wien und coole Trink. Unser Restaurant mit italienischen Spezialitäten, einfach ist toll bei uns, kommen vorbei. Kehnisse, die gibt es viele bei uns im Haus. Aber ich verrate jetzt nicht, sonst bleibt kein Kehnisse. Und die, die ganz neugierig sind, kommen zu mir eine Bar hoch, dann verrate ich mich vielleicht. Zum Geburtstag wünsche ich viel Erfolg, viel zufriedene Kunden. Bleibt so mutig und innovativ wie bis jetzt. Tschüss zusammen!